und herzlich willkommen zurück zur legend of k ich bin versehentlich ein paar schritte zu nah an den komischen ausgang gewesen und schon ist k weitergerannt das heißt es wird nichts mit der katzenstatue zum suchen das heißt wir kriegen auch nicht das super coole schwert was da lag warum können wir dann auch nicht zurückgehen kann ich hier vielleicht irgendwie nein da auch nicht tack ist auf dem weg in den sondsen ja mal gucken was du von mir willst lass dir von den songs den weg weisen passiert irgendwas wenn ich hier wow das ist ja schon fast zu nett weiß jetzt gar nicht was wir hier machen sollen das ärgert mich dass ich erst diese rüstung verpasst habe dass ich dann das schwert verpasst habe und dass ich jetzt hier irgend so ein gib ach so vielleicht sollte ich mir das schild noch mal ansehen was für ein schild da steht nur lasst ihr von den songs den weg weisen das sind ja okay das schild noch mal ansehen vielleicht da kenne ich es ja auch seinen höheren blickwinkel fakt ist hier kommen wir nicht weiter wenn ich wohnen okay pass auf wir machen das noch mal ich muss ein pfeil in die richtung drehen in die ich gehen will ja das hatte ich vor aber es klappt irgendwie nicht so was auch ein pfeil müssen wir hier so zwei weg machen müssen wir hier einen weg machen den auch noch und dann hier zwei das war doch eigentlich schon wieder viel zu viel es sei denn ich habe den pfeil von vornherein falsch gebaut und zeigt den hässlichen pfeil jetzt hin dann kann ich mich jetzt hier noch mal ein rohr durchschnittsel würde ich sagen so jetzt muss man mal kurz wieder gucken der kann noch weg warte mal die können weg ok der darf auch nicht weg ach so darauf hätte ich jetzt echt selber kommen können aber ich habe es ja jetzt schon wieder vergeigt oder komm warte ich will ich will die video sequins normal sehen vielleicht sollte ich mir das schicken nein komm ruhe lass mich das nochmal angucken bitte moooon so von den grünen es klappt doch niemals ok pass auf wenn ich mich nicht täusche und der hier glaube ich auch noch ok ok anders pass auf die drei müssen jetzt existent bleiben das heißt der hier kann weg der auch der auch der auch der auch der auch so dann müssen die drei existent bleiben so schwer war es doch gar nicht warum habe ich mich denn so dämlich angestellt da könnte ich schon wieder nur ein facepalm machen wo ist denn jetzt das dämliche teil ich wollte doch nur hier hoch damit ich jetzt die schnur da endlich habe meine güte macht mir das leben doch nicht so schwer hier alle ringreifenritte ringreifenritte ziel springe durch zwölf reifen durch eine reifen und den nächsten zaktivieren preis wenn du bis zu öffnen kommst du einen energie container ähm zu den laden will ich eigentlich auch gerne darum kümmere ich mich nach dem reifenritt hier so so achso hier hätte ich so hart um die kurve gemacht ist okay komm noch mal in die kurve legen war so das war die denn waren jetzt nicht genug so 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 wow das haben wir sogar recht schnell gemeistert denke ich wenn ich jetzt noch bis zu wie ich da oben rankomme achso da oben ist das na gut dann weiß ich wie hoch ich darauf rankomme so energie container sind immer gut wie komme ich denn jetzt hier wieder raus ich habe mich verlaufen weil ich alles kaputt gemacht habe verdammt oder also ohne schlachs wie komme ich denn hier wieder weg von hier oben vielleicht ja ich glaube die kiste holen bin ich blöd oder so was ist denn jetzt gerade los mit mir so komm jetzt hier flinke füße katze da da wo auch unser reittier steht ups jetzt hat mein stuhl schon wieder geknackt so ich schätze dass ich nicht weiß wie ich an den einkaufs lan dingen doch ich weiß es doch wir haben es geschafft juhu jetzt können wir uns hier das schwert und die rüstung kaufen gönne dir ein mächtigeres schwert du kannst damit fest dazu schlagen und verbesserst deine magische attacke ja und jetzt brauchen wir noch 400 für die rüstung was das eigentlich blendgranate und ein dämonen so jetzt müssen wir echt noch rubine für das an die andere rüstung sammeln anschein können wir das echt nie wieder einsammeln also das würde das finde ich zwar ein bisschen lame aber okay hey jungs ihr wisst doch wer zuletzt lacht lacht am besten wer was wo 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 was wer genau diese nager sind die reinsten genies richtig so jetzt zeigen wir euch mal unser neues schwert wow die sind dadurch gleich ko ja komm boah aus den hinterheit das sind ja richtige assassinenraten da wünsche ich mir fast schon ich hätte meine ich hätte meine dings nicht für die kleinraten da ausgegeben meine magie aber wir haben jetzt fast wieder magie und wir haben die ratten bezwungen und wir können uns die rüstung kaufen das ist ja weihnachten ist ja nichts okay wir könnten uns die rüstung kaufen aber okay und ich würde sagen an dieser stelle an den speicherpunkt hier nach dem gespräch mit dem hasen du brauchst einen schlüssel für das tor ich habe versucht ihn zu kriegen konnte aber nicht auf dem wildschwein reiten vielleicht schaffst du es ja an dieser stelle beenden wir dann einfach mal den part ich bedanke mich für euer zuschauen und hoffe dass ihr auch im nächsten part von der legend of game mit dabei seid bis dahin